Die FIS Bildung Literatur Datenbank ist das zentrale Angebot des Fachportals Pädagogik. Sie ist die Top-Datenbank für das Bildungswesen im deutschsprachigen Raum. Das Fachportal Pädagogik wird vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation betrieben und bietet neben wissenschaftlicher Literatur auch Forschungsdaten und Informationssammlungen aus den Bereichen Bildungs- und Erziehungswissenschaften. Die Suche darin ist komfortabel, liefert hochwertige Treffer, Details wie Abstracts, Volltexte und bietet die Verfügbarkeitsprüfung an eurer Bibliothek, falls ein Text nicht direkt zugänglich ist. Ihr könnt in Merklisten speichern und Titel in euer Literaturverwaltungsprogramm exportieren. Die FIS Bildung ist zwar direkt aufrufbar, dennoch lohnt meist ein kurzer Abstecher über eure Bibliotheks-Homepage, damit ihr auch Zugriff auf lizenzierte Volltexte habt. An der UB Gießen gelangt ihr über weitere Infoquellen zu DEBIS. Wählt Zugriff von außerhalb, um euch anzumelden. Sucht in der Fachübersicht den Link zu Pädagogik und wählt dann die FIS Bildung aus. Bei der Eingabe von Suchbegriffen in der einfachen Suche werden Vorschläge aus dem Schlagwort oder Personenregister angeboten. Alle Begriffe werden mit UND verknüpft, zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Digitale Medien wurde bei dieser Suche automatischen Anführungszeichen gesetzt. Diese sogenannte Phrasensuche könnt ihr auch einsetzen, um andere Wortfolgen zu finden. Auch die Platzhalter Sternchen für mehrere Zeichen und Unterstrich für ein einzelnes können benutzt werden, z.B. um unterschiedliche Wortformen wie Singular und Plural zu berücksichtigen. Wie ihr eure Suchbegriffe so und anders optimiert, erklären wir ausführlich in unserem Video 5b Suchtechniken Suchbegriffe finden. Die Platzhalter findet ihr ab Minute 3. Mit den Zeichen kleiner, größer, kleiner gleich und größer gleich könnt ihr nach Erscheinungszeiträumen eingrenzen. Die Checkboxen über dem Suchfeld könnt ihr nutzen, um die Suche auf die Bereiche Literatursuche, Forschungsdaten und Forschungsinformationen einzugrenzen oder auszuweiten. Da die FIS Bildung auch englischsprachige Literatur verzeichnet, solltet ihr ruhig auch englische Suchbegriffe verwenden. Spätestens hier hilft die erweiterte Suche bei der präziseren Recherche. Ihr könnt für eure Suchbegriffe hier gezielt die passenden Datenbankfelder auswählen. Mit Freitext wird automatisch parallel in den Datenbankfeldern Schlagwörter, Titel, Autor, Herausgeber, Institution, Abstract und Quelle gesucht. Die Freitextsuche ist übrigens auch der Standard in der gerade besprochenen, einfachen Suche. Bei der Suche im Schlagwortfeld werden schon während der Eingabe Vorschläge aus dem Schlagwortregister der FIS Bildung eingeblendet. Noch besser ist es, die Registerfunktion rechts vom Eingabefeld zu nutzen. Diese Schlagworte helfen euch bei einer thematischen Suche ungemein. Die FIS Bildung bezieht auch verwandte Schlagworte ein, zum Beispiel Synonyme, Ober- oder Unterbegriffe. Das Schlagwort Vereinigte Staaten liefert so auch Treffer mit dem Schlagwort United States. Wollt ihr gezielt nach einer bestimmten Person suchen, könnt ihr das Feld Personen nutzen. Unterschiedliche Namensformen werden hier vereinheitlicht. Auch hierfür gibt es die Registerfunktion. Normalerweise müssen alle Wörter in einem Suchfeld enthalten sein. Ihr erkennt das am Häkchen rechts bei Alle Wörter. Wenn ihr das Häkchen entfernt, muss nur eines der Wörter vorkommen. Die Verknüpfung mit UND, ODER, SOBI und NICHT wird auch zwischen den verschiedenen Suchfeldern festgelegt. Wenn ihr euch für die Rolle digitaler Medien in Verbindung mit der Corona-Krise in Schulen interessiert, könnt ihr die Begriffe Digitale Medien und Coronavirus mit Schulsternchen oder Schül für die Varianten von Schule und SchülerInnen kombinieren. Zum Kombinieren von Begriffen haben wir ebenfalls ein Erklärvideo für euch. Schaut bei Interesse in der Videobeschreibung unten nach. Etwas weiter unten findet ihr nützliche Filtermöglichkeiten für Dokumenttypen, Sprache und Medientypen. Wenn ihr zum Beispiel gezielt nach Volltexten suchen möchtet, wählt den Medientyp Online verfügbare Dokumente aus. Außerdem könnt ihr hier die von der FIS-Bildung einbezogenen Datenquellen verändern. Nach dem Absenden einer Suche landet ihr in der Trefferanzeige. Die genutzte Suchabfrage wird ganz oben noch einmal angezeigt, sodass ihr seht, wie die FIS-Bildung die Suchbegriffe miteinander verbunden hat. Auf der rechten Seite könnt ihr eure Suche verfeinern, zur Verfügung stehen Datenquellen, Zugriffsart, Schlagworte, Medientypen, das Jahr, AutorInnen, Dokumenttypen, Sprache und Zeitschrift. Ihr könnt die Sortiereihenfolge ändern und mehrere Titel markieren, um sie im Detail anzeigen zu lassen oder um sie auf die Merkliste zu setzen. Manche Einträge bieten nun zwar einen direkten Zugriff auf die Volltexte, die Detailansicht bietet jedoch noch häufig weitere wertvolle Informationen, wie zum Beispiel den Abstract eines Artikels. Das Volltext-Symbol ermöglicht euch auch hier den direkten Download. Ist der Text nicht direkt zugänglich, gelangt ihr mit Klick auf Verfügbarkeit ans untere Ende der Seite. Wählt eure Institution, also zum Beispiel Gießen Universität. Nun erscheint darüber eine Verfügbarkeitsschaltfläche, die euch zur Bestandsprüfung auf die Seiten der Einrichtung führt. Dort erfahrt ihr, ob die Literatur gegebenenfalls lizenziert ist und dort online abrufbar ist oder ob es gedruckte Exemplare gibt. Am unteren Ende der Detailansicht könnt ihr auch hier zur Merkliste hinzufügen oder einen Export machen. Zur Merkliste selbst gelangt ihr oben rechts auf jeder Seite genauso wie zum Suchverlauf. Die Merkliste eignet sich auch prima, um Titel vor dem Export in ein Literaturverwaltungsprogramm zunächst zu sammeln. Der Suchverlauf ermöglicht euch leichten Zugriff auf eure bisherigen Suchen und kann zum Beispiel auch in eine Recherchedokumentation kopiert werden. Die Spezialisten unter euch können auch eine Suchanfrage als RSS-Feed erstellen, um über neu erscheinende Literatur informiert zu werden. Soviel zur FIS-Bildung Literaturdatenbank, dem Hauptangebot im Fachportal Pädagogik. Die Checkboxen über dem Suchfeld und die Tabs in der Trefferliste deuten jedoch schon an, dass das Portal noch mehr zu bieten hat. Waren die Häkchen bei Forschungsdaten und Forschungsinformationen gesetzt, erscheinen neben dem Literatur-Tab noch zwei weitere. Im Tab Forschungsinformationen findet ihr zu digitalen Medien neben Zahlen und Fakten zum Beispiel auch vom Fachportal eigens zusammengetragene Forschungsbefunde. Lernen mit digitalen Medien ist zum Beispiel ein Aufsatz im integrierten Repositorium Pädogs, in dem ihr gegebenenfalls selbst publizieren könnt. Weiter unten findet sich dann auch der BIP-Tipp. Andere Personen fanden auch interessant, was ihr sicher von Amazon und Co. kennt. Ein Überblick über alle Bereiche und Funktionen des Fachportals findet ihr stets im Menü, das ihr auf allen Seiten aufklappen könnt. Wir fassen zusammen. Die FIS-Bildung Literaturdatenbank ist die Top-Datenbank für das Bildungswesen im deutschsprachigen Raum. Sie ist das zentrale Angebot des Fachportals Pädagogik, welches weitere Services bietet. Einfache und erweiterte Suche führen zu hochwertigen Treffern. Oft sind Abstracts und Volltexte verfügbar. Die FIS-Bildung besitzt ein Schlagwort und ein Personenregister. Die Merkliste erleichtert das Sammeln und den Export in ein Literaturverwaltungsprogramm. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Gefällt mir da. In der Videobeschreibung findet ihr weitere Informationen sowie Links zu den angesprochenen Vertiefungsvideos.